Hallo, willkommen zu Timberborn! Wir bauen uns das mal eindeutig unser Ding da auf. Ich habe jetzt so Bock schon da drauf die ganze Zeit schon. Also ich habe die ganze Zeit schon Bock auf Timberborn, aber ihr wisst was ich meine. Hört jetzt mal so, oder? Jetzt kommt Bock mehr, ich baller das da. Baller es weg. Da ist auch noch Müll da. Gib Vollgas, Günther. Gib Vollgas. So. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Problem ist. In einem Moment ist es da, und dann läuft es da nicht weiter. Aber warum läuft es da nicht weiter? Das ist die andere Frage. Warum läuft es da nicht weiter? Weil es sich dann da überfüllt, oder? Hä? Schau dir das mal an. Oh. Es läuft da voll über. Weil da viel zu viel drin ist. Dann braucht es da ewig lang wahrscheinlich einfach um. Mal. Man kann vielleicht mal ausprobieren. Wie das war, wenn man was sagt. Dann müssen wir doch mal kurz einen Weg haben. Mal schauen. Ich war ganz kurz noch eine Frage. Dann können wir ja auch wissen, wie großes Testen da eigentlich? Ah, okay. Wir haben doch da. Okay. Okay. So. Platz mal diesmal bitte auf. Sehr hohe Priorität hättest. Sehr hohe Priorität hättest. So. Echt schön, dass das so auch funktionieren. Ist mir schon mal aufgefallen. Es läuft ja trotzdem um. Aber du brauchst jetzt ein Mini-Ding seit. Dass du sagen kannst. Ja, da müssen wir ja. Holz ist da. Ja, ja. Holz ist genug da. Holz schreibt das nicht. Bloß an die Leute. Schon wieder. Schon wieder. Also es ist schon echt alle 13 Tage inzwischen. Oder alle 15, 16 sowas. Also für euch ist es nicht schon wieder. Weil es sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Aber für mich ist es schon wieder durch. Einfach. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das alles abchecken soll. Okay. Die können wir da gar nicht hin, gell. Ist das das Problem? Stimmt. Gehen wir da rein. Okay. Weißt du was? Dann. Da ist nichts mehr drin. Dann starten wir da erst einmal durch. Also wenn es so läuft, ist es auch gut. Wenn es anders läuft, ist es auch okay. Aber ich verstehe halt nicht warum. Wenn es da läuft, dann müsste es ja durchlaufen. Tut es aber anscheinend nicht. Das ist halt so ganz komisch irgendwie. Vielleicht brauchen wir einfach doch diesen Zwischenstep irgendwo. Dass es da nochmal abregelt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ja. Ähhh.. Wer ist verdurstet? Alter. Ich bin mit der Leute schon wieder verdustet, Leute! Da hat es wirklich selber schon. also entweder haben die alle so blöd oder sie haben bloß so sie produzieren alle essen dann irgendwo über 1000 tinkern wieder ein körper und die körper rote und sie frauen wir haben sie doch kein essen oder ganz andere frage die stein essen hier die kriegen sogar alle ist es so und also warum bringt die die nicht jetzt darauf einmal da ist nur hier an oder wie das wasser damals wieder fahren sogar ist mir scheißegal das hat die ganze zeit hingekaut jetzt auf einmal spinnt da irgendwas hä aha vielleicht liegt es da drauf hm ok das war natürlich interessant dann hm ja gut da müssen wir uns mal wieder um andere sachen kümmern weil ich es wieder einmal in der körper ich will nicht schaffen dass sie alles machen teichrosen wenn du umgebracht und wenn du hier wo teichrosen grillt ich kann man wo einer wo haben 1000 tue ok 1000 gegrillte teichrosen Kartoffeln Kartoffeln Karotten warum kriegen die das nicht das ist meine frage weil da Getriebe mit Planken und Papier drin ist und die das nix einlagern können oder wie das ist das ist das ist der Grund warum ich gern die scheiß Lagerhäuser umbenennen darf das ist so nervig einfach das ist der Grund warum ich gern die scheiß Lagerhäuser umbenennen darf Hauernsirup Hauernsirup Getriebe weg damit was haben wir da noch da Papier weg aus dem Planken weg Alter ich denke mir schon warum haut das nicht mehr hin da also Getriebe dann nein ich kann nicht mehr cool ich hab schon mal ein Distrikt Getriebe das nächste dann der Papier Blanken verstehe ich nur die braucht man ab und zu für irgendwas aber das andere Zeug der Wundestil warum ich keine Zeug mehr kriegen Alter warum auch Hauernsirup mehr rumkommt weil das noch rumkommt weil da nix noch rumkommt ja unglaublich gib dir den Traffic da einfach gib dir das einfach weil man nicht einmal ich denke mir nicht ganz das kann doch nicht sein dass da so viele Leute sterben und dass da nix neu kommt ja klar wenn da nix da ist ist ja klar Ohhhh Okay Done ich bin jetzt langsam die dinge um mir wir haben wahrscheinlich komplots mit dem ganzen schritt das nächste schau jetzt mit getriebelagern aus haus einer sonst wären wir da nie froh wenn du dich überall immer zwischendurch oder aufhebst oder sonst was es macht die konzentrieren ok okay jetzt ist man zu misst uns wuscheln also brauchen wir Lager Lagerie Lagerro also jetzt erst mal so machen Altmetall 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 3.000 Altmetall Nichts 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 Altmetall 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 1.000 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 ich lasse jetzt einfach mal dazwischen bloß weil ich weiß es auch nicht möchte sehen wenn ich jetzt finde das doof bin ich so ganz benannt das schaut irgendwie blöd aus meiner meinung nach macht zwar eigentlich keinen sinn weil das zu sehen die triebe dings und so 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 du müsstest ursum was so das können sie noch nicht bauen weil es altmetall fällt wir haben wieder rumgetriebe so dann haben wir noch den nachdem wieder platz für speicher oder laura halt nichts nichts dann kommen wir zu wie hast du das wahrscheinlich so wie weiß ich noch nicht so Metallblöcke wir haben einfach mal wir haben einfach mal wir haben einfach mal pro Ding gemacht ich habe einfach so Plansprobleme zu sagen ich tue einfach gerne immer pro Probegebäude auch ganz Dinge viel gemacht ich habe jetzt bei den anderen nicht so oft gemacht aber also meistens tue ich das schon weil ich finde einfach du kannst ja eh nicht genug Gebäude haben es ist doch eh wurscht ob jetzt so 3 oder 4 oder 5 Lagerhäuser her aber mein gott oder es gibt schon wirklich schlimmere Sachen ähm was wir noch brauchen ist natürlich eh eine Abgebel Abgebestelle oder Abgabestelle das dann braucht man einmal machen wir da das her das das und unser Distriktzentrum kommt dann auf der Rückseite da vorher so die nehmen wir jetzt um immer rein Distrikt haben wir jetzt überhaupt 6 oder so ich glaube schon 6 Metall 6 Metall genau so ja bei dem ganzen Ding schon mal so weit dass wir sagen müssen jo da braucht man sowieso dann erstmal noch ein Arbeitsding da kommt da mal das her da kommt das her da kommt das her Weg auf Weg Weg ähm das haben wir das haben wir muss ich ein bisschen weiter überlegen noch dann braucht man Logistiklager natürlich für Essen dann was wir haben wir da nochmal ich weiß nicht haben wir vielleicht so ein so ganz so groß her das kann man auch mal gell kann man auch mal kann man auch mal das Problem ist dass da was zu 100 einer passen das hat man noch ein zweiter hintere belastet mich einfach selber schon wieder und nur ein zweiter ober messen so ich weiß nicht nein ich tue das her weil ich lustig bin hihihi deswegen tue ich das Teil her bauen ich finde das lustig guck mal da können wir nicht hier nach ich wollte dass wir vielleicht jetzt einen Schlepperposten nach hinten bauen aber so bin ich jetzt dann auch nicht so bin ich jetzt dann auch nicht dann Lager ich weiß nicht mach mal groß mach mal klein ich bin mir noch unsicher gerade da haben wir zwei große her ich sehe aus nichts so ich werde jetzt mal kein Altmetall und keine Metallblücke erlauben dann wären die da nicht eigentlich da jetzt haben wir da irgendwann das Problem so oh nein unser ganzes Ding ist voll Braucht man nur was Wassertal brauchen wir natürlich was denn sonst was sind da drin 300 300 wie lange an die ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich würde das gerne auch da her bauen aber ich glaube man macht man das einfach da hinten ich nehme da nochmal ich nehme da nochmal den Weg her was brauchen wir dann noch da werden wir wahrscheinlich Holz brauchen ich denke mal fast da irgendwie noch eine Holzform her machen so aus sinnvolle punkte so weil wir sagen wir müssen ja sowieso ja das brauchen wir da das so oder so so dann lassen wir da jetzt mal weiterlaufen was wir jetzt noch brauchen ist doch mal gar nichts gell da müsste man eventuell mal schauen ah wohnungen braucht man wohnungen braucht man noch das war's wohngebiet brauchen wir wohnen braucht man ja so naja sowieso o so 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 was eben machen wir noch mal so ja bitte da wo man so gut angehen dass man dann irgendwie sagt immer die nächste etage macht mehr oder weniger braucht man sowieso ein zweiter da hinten eine art wendeltreppe bauen muss aber natürlich irgendwie auf die mann was was man das dorf war dann brauchen wir da wieder ein zweiter und jetzt mal wieder einig immer sie kommt wohl mit der treppe und ich werde es war ja dies das ist ja halt stopp gehen wir so mit der Treppe rauf gehen wir da neben rauf das Treppen das, das da Treppen dann kannst du das mehr oder wenig unendlich hoch bauen und dann haben wir da kein Geschiss so funktioniert der Treppen eigentlich es ist richtig groß da 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 könnte ich glaube, dass man über das auch wieder drüber bauen kann oder ja da kann man jetzt wieder drüber bauen da hat man da so, oh Treppen, oh Treppen genau da kommt das auch ein Wohnkomplex her weiß nicht, ob das zu sinnvoll ist, aber hey kenn ich gar nix kennst du mich doch da haben wir noch Schee Schee Dinge her da auch ich hab dann da Schee Dekoration auch nicht äh äh das geht da unten gar nix hm hm ich hab ja vielleicht hier noch eine sitzen auch nicht ich hab ja da was eingesetzt und dann und jetzt so ein Ding drauf bauen nö dann das Holzlauber brauchen wir natürlich auch noch dann braucht man ein Logistikzentrum für das Holz das ist ja dann das irgendwo irgendwo holz 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 das ist schon wieder blöd das ist blöds morz und da müssen wir wir müssen vorher wieder kastanien umpflanzen ganz klar braucht man Förster und dann braucht man da einen weg her ich weiß wie es gelangt das so oder ich glaube das müssen wir anders machen ohne rd die die braucht man das teilen doch auch Ah, dann ist er mit 8. Also ja, da würde ich vielleicht mal so sagen, mindestens. Das müsste man mindestens so bauen. Und dann müssen wir schauen, wie wir das Holzlager hermachen, irgendwie. Und dann würde ich mal sagen, einen Förster bauen wir halt dann. Daher. Ich weiß nicht, ob das gelangt, aber das sind ja eigentlich bloß ein bisschen Holzmauer da. Das geht schon, gell? Oh, jetzt passt es aber von der Bräden, oder? Hebt doch 1 zu 3 und zu 3 Zelt. Ey, bin ich jetzt blöd? Bin ich blöd, oder meine ich das bloß? Okay, machst du was? Macht mal so. Ich kenne jetzt gar nichts. Ich führst du das jetzt mal da rein. Und dann können wir den Weg 1, 2, 3, 4 machen. Was ist schon ein bisschen ein Problem in dem Punkt. Dann können wir da unsere Holzspeicher reinmachen. Wo sie dann so spiegeln. Du, 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 du. Ich glaube, ich habe noch kein 1,6 Mal tote Dinger so clean vorgebaut. Dass ich wirklich sagen kann, so, ja, perfekt. Ach, ich sehe, ich habe jetzt erst checkt, dass wir Türen haben. Und ich chill da unten so. Ah, ja, mei. Die haben wir halt ein bisschen wurschteln, gell? Ja, was ist denn rumwurschteln? Hat man natürlich nicht aufgefüllt, bis zum Gehtnummer. Ey, was darf man denn sonst? So. Aber jetzt ist es jetzt um einiges länger gelangen, was wir da so haben. Okay. Also. Ah, stimmt. Das ist mir wegen dem Wasser schon. Oh, das glaube ich nicht bewässert. Das ist dann schon mal ein Problem. Warum brauchen wir noch... Da müssen wir eigentlich ein Wasser-Ding einbauen. Und dann können wir sagen, mit dem Motor noch... wieder wieder weg. Dann müssen wir noch mal mit dem Weg vorbeikommen. Du kannst ja ganz beziehungsweise, ich kann instant, wenn du einen Weg baust, kannst du instant die abkauen, warum kannst du instant wegkauen. Ich sehe schon ein bisschen weird, aber es geht. So. Oh, ich soll ja voll übersehen, dass wir da ja ein Ding sagen, gell. Schau mal, wie schaut's da aus. Da fährt schon wieder die Hälfte. Ich weiß nicht, was das da wird. Ich hab da gerade geschaut, und da war's an der gleichen Stelle. Und jetzt auf einmal, eh? Das verstehe ich einfach nicht. Und dann... Ja, bald, bald haben wir es, sag ich mal. Bald schauen wir es. Hören wir mich aber nicht. Warte mal. Wo war jetzt das? Wo war jetzt das wieder mal? Eih, Stefan. Da war es. Ah, wir brauchen ein Eisen für das Heißel da. Ob das brauchen wir das? Stimmt. Da war was. Wo ist es schon wieder? Jetzt mal wieder 1500 Holz, oder? Jetzt auf einmal. Also. Wir haben. Nahrung muss man herbringen lassen. Wie die ganze Zeit schon. Hier haben wir Arbeiter, äh, Schlepper, Lager für Essen, Lager für Nummer Essen, viermal Holzlager, äh, Lager für Produktion, Wasserlager fürs Tringer, Holz für Produktion und Energie für Produktion. Und, äh, okay. Sollten wir alles zu haben. Soll ja alles da sein. So, jetzt mal die oberen. Die oberen brauchen wir jetzt noch nicht dann. Aha. Okay, okay. Also das ist ultra schnell leer, oder eben ein Worte. Schaut das so aus bloß? Oder war das so leer? Ich glaube, dass das leer ist. Passt. Obwohl wir gerade laufen lassen. 0,2, 0,7, 0,7. Oida, wie schnell geht denn das da weg, oder? Hä? Was denn eigentlich los hier? Was denn da los? Ich brauche mir Wasser, was ist da? Oida, ist voll. Ah, okay, da ist es, nein, da ist kein Essen drin. Löwenzahn, dann 1000 Löwenzahn drin. Ja, klar. So drin. Ah, dann die 4000 Ding drin. Ja, da ist nur... Ahansherup drin. Genau. So war das. Und die Gebiete da. Ah ja, Zufriedenheitsdingen habe ich noch nicht wirklich gebaut, gell. Da können wir noch... Dekoration. Oh, du, ich liest jetzt wieder hier. Das war's. Oh, ja. Oh, ja. Und dann schon mal diese Statuen da hatten. Weißt es nicht. War das braun. Ja, so schaut auf alle Fälle unser Gebiet aus. Mal schauen, ob es dann auch funktioniert. Wenn es euch gefallen hat, lasst es auch, lasst einen Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, au diri. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.